Herr Arafat, was bewegt Sie in diesem Augenblick? Was geht in Ihnen vor? Sehen Sie, die Friedensinitiative unseres Nationalkongresses wird weitergehen. Es ist ein verdammt harter Weg. Aber wir werden diesen Weg trotz aller Hindernisse weitergehen und Schritt für Schritt daran arbeiten, dass wir alle gemeinsam eines Tages diese Flagge über unsere Hauptstadt Jerusalem aufziehen können. Herr Arafat, Herr Arafat, Herr Arafat!